Perry Rodan 2636 Das Schema des Universums von Christian Montilon Gelesen von Tom Jacobs Die Hauptperson Kavo Schumgaard, der Leiter eines Forschungsprojekts, sucht das alles verbindende Schema. Dan Ropper, ein Reparat gibt den Badak Rätsel auf. Ledrud Strüven, ein Badak, der nicht zweifelt, gerät in die Rolle des Zweiflers. Perry Rodan, der Unsterbliche stößt auf einen Polyport-Hof und nutzt seinen Controller. Die Entdeckung der Badak und Perry Rodan auf einer geheimen Mission. In der Milchstraße schreibt man das Jahr 1469 NGZ. Das entspricht dem Jahr 5056 christlicher Zeitrechnung. Seit dem dramatischen Verschwinden des Sol-Systems mit all seinen Bewohnern hat sich die Situation in der Milchstraße grundsätzlich verändert. Die Region um das verschwundene Sonnensystem wurde zum Sektor Null ernannt und von Raumschiffen des Galaktikums abgeriegelt. Fieberhaft versuchen die Verantwortlichen der galaktischen Völker herauszufinden, was geschehen ist. Dass derzeit auch Perry Rodan mitsamt der Basis auf bislang unbekannte Weise entführt worden ist, verkompliziert die Sachlage zusätzlich. Um die LFT nicht kopflos zu lassen, wurde eine neue, provisorische Führung gewählt, die ihren Sitz auf dem Planeten Maharani hat. Perry Rodan kämpft indessen in der von Kriegen heimgesuchten Doppelgalaxis Chanda gegen Kinshi. Diese mysteriöse Wesenheit gebietet über zahllose Krieger aus unterschiedlichen Völkern und herrscht nahezu unangeforderten Inchanda. Eines dieser Völker sind die Badak, und als Wissenschaftler suchen nicht wenige das Schema des Universums. Prolog Bra-Nok-Zoo Sportef-Algir Andromeda Kaskallen Schelf Yandi Remal Gekka-Usa Zagadan und Al-Kagar oder Chanda, wie er mittlerweile wusste. All das waren Galaxien, die Perry Rodan mittels des Polyport-Netzes erreichen konnte. Theoretisch. Sein Hauptaugenmerk hatte meist der heimatlichen Milchstraße und Antoresta gegolten, aber als galaktischer Beauftragter für das Polyport-Netz konnte es sich Einseitigkeiten nicht leisten. Dennoch war er von der Entführung der Basis vollkommen überrascht worden. Und seitdem kämpfte er in Chanda gegen Qin Shi und entdeckte, dass diese Doppelgalaxis ebenfalls ursprünglich ein Teil des Polyport-Netzes gewesen war. Ein Teil jenes interstellaren intergalaktischen Transportsystems, das er als Instrument und Symbol des Friedens, der Völkerverständigung und des Handels genutzt wissen wollte. Dass ein Teil der uralten Artefakte aus anthorianischer Fertigung mittlerweile der Vernichtung dienten, wie im Falle der furchtbaren Weltengeißel, ließ Perry Rodan keine Ruhe. Wenn es sonst keinen Grund gegeben hätte, sich gegen Qin Shi zu stellen, dieser alleine hätte gereicht. Und so schloss sich der unsterbliche Terraner dem verzweifelten Widerstand an, der versuchte, die Herrschaft der negativen Superintelligenz zu brechen. Kapitel 1 Kavo Schumgaard Individualität ist etwas Wunderbares. Ich hielt diese Behauptung für simpel und bestechend logisch. Meiner Meinung nach konnte man ihr nicht widersprechen. Darum hatte ich sie auch zum Leitfaden für mein Leben erhoben, allerdings im Geheimen, denn kaum jemand stimmte mir in dieser Hinsicht zu. Die meisten konzentrierten sich zu sehr auf ihre Gruppen, auf den Austausch von Gedanken und Wissen in der Vernetzung der Gehirne. Individualität stellte für sie eine Nebensache dar, auch wenn sie bisweilen anderes behaupteten. Jeder wusste und akzeptierte, dass sich ein Badak nur in seiner aktiven Siebenergruppe richtig wohlfühlte. Jeder außer mir. Ich glich ihnen in dieser Hinsicht nicht. Ob ich mich von Geburt an von einem normalen Badak-Unterschied war mir nicht klar, und ich würde es wohl auch niemals herausfinden. Es spielte auch keine Rolle. Denn nicht die Vergangenheit bedeutete etwas, sondern die Gegenwart. Nur diese vermochte die Zukunft zu verändern und mich meinem großen Ziel näher zu bringen. Eines Tages würde ich wahre Individualität finden, indem ich das Schema erkannte, aus dem das Universum besteht. Den Rhythmus, in dem Galaxien, Sonnensysteme und jedes einzelne Atom ständig pulsierten. In diesem Moment würde ich alles verstehen, endlich begreifen, was das Leben und die schiere Tatsache der Existenz bedeutete. Dafür war ich geschaffen worden. Darum lebte ich. Aber noch war es nicht so weit. Ein Alarm lenkte mich ab. Elender Alltag, wenn man in den Diensten von Kinshi stand. Ich schlürfte ein letztes Mal an meinem mobilen Nahrungsspeicher, obwohl ich es mir selbst nicht gern eingestand, schmeckte es ohnehin nicht so gut wie in meiner Gruppe beim gemeinsamen Essen. Darum gab es Schlimmeres, als diese Mahlzeit nicht beenden zu können. Kavo Schumgart! Das war Litrud Strüven, der in diesem verlassenen Sonnensystem, wie hieß es doch gleich, den Oberbefehl über die drei stationierten Schiffe hatte. Routinearbeiten waren alles, was die Mannschaften beschäftigte und so streifte er durch das gesamte Artefakt, tauchte an den unmöglichsten Stellen auf und mischte sich überall ein. Sogar meinen persönlichen Container suchte er nun auf, jenen Quader aus nackten Metallwänden, der meinen einzigen Rückzugsort bildete. Das winzige bisschen Privatsphäre mitten in der Fremde, in einer viele Jahrmillionen alten Hinterlassenschaft, die wir nicht verstanden. Gewiss, nach außen achtete Litrud Strüven meiner Autorität als wissenschaftlicher und technischer Leiter dieser Mission. Er ihn kannte, sah ihm jedoch an, welche Mühe es ihm kostete, nicht das Kommando an sich zu reißen, wie er es von seinem Alltag in den Schiffen gewöhnt war. Kavo Schumgart! rief er ein weiteres Mal. Er stand offenbar direkt vor der verschlossenen Einstiegsluke, die ich vorsorglich so programmiert hatte, dass sie einzig auf meine Annäherung reagierte. Jeder andere musste sie mit Gewalt öffnen. Ich stellte den Nahrungsspeicher in das kleine Wandregal und zog den Halterarm in meinen Zylinderkörper zurück. Danach wandte ich mich um und öffnete mit einem Sprachbefehl. Die Luke zischte in die Höhe. Ich höre den Alarm auch ohne deine Hinweise, wies ich ihn zurecht, und ich weiß, was ich zu tun habe. Da keine hohe Dringlichkeitsstufe angemahnt wird, bilden einige Sekunden Zeitverlust kein Problem. Ledrud Strüvens weißliche Lederhaut blieb unbewegt. Selbst die sattlila Färbung der Oberbegrenzung veränderte sich nicht. Er hatte sich gut in der Gewalt. Lediglich eines der Augen pendelte leicht auf dem Sehstiel, ein kaum merkliches Zeichen der Unsicherheit. »Sehr wohl«, brachte er eine Standard-Aussage zu Gehör, »du folgst der Logik.« »Wie ist der Situation gebührt?« antwortete ich auf einem ebenfalls allgemein gehaltenen, routiniert distanzierten Niveau. Doch nun genug der Floskeln. Ich wollte mich endlich um die Ursache des Alarms kümmern. In diesem riesigen, bernsteinfarbenen Artefakt war schließlich alles möglich, und wer wusste schon, ob es nicht doch eine ernsthafte, das Leben sämtlicher Badak in dieser Station bedrohende Gefahr gab. Einer spontanen Eingebung folgend verlangte ich von Ledrud Strüven einen Lagebericht. Ebenso gut hätte ich diesen über einen unserer Datenspeicher abfragen können, aber so degradierte ich mein Gegenüber zu einem schlichten Informationslieferanten. Gut, um die Grenzen abzustecken und ihn in die Schranken zu weisen. Eins von Ledrud Strüvens Stielaugen bog sich mir entgegen. Es berührte fast den Rand der Luke. Die Ingenieure warten darauf, einen Versuch zu starten und Energie in das Terminal auf dem Hauptdeck zu leiten. Prognosen? Keine Aussage möglich. Natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Das Schema dieses Artefakts lag noch im Dunkeln. Die grundlegende Funktionsweise war nach wie vor unbekannt. Konnte der geplante und von langer Hand vorbereitete Versuch Ordnung in das Chaos bringen? Jegliche Technologie dieser uralten Station entzog sich bislang unserem Zugriff. Die Lebenserhaltung und Klimatisierung, sogar die Beleuchtung mussten wir mit eigenen Geräten gewährleisten. Die Lebenserhaltung von links und Klimatisierung verabschiedigt ist. Das war eine